TALES OF BASSERIA Was ist das Ding? Das ist eine spezielle Masse von Mana Ich denke, sie sind als die Säulen zu einer Familie von Molochim. Sie sahen all over nach dem Advent, drei Jahre vor. Ein weiteres Achtereffekt der Advent. Wenn Sie genug von ihnen collecten, Sie können die Cooperation von einer Moloch-Familie beherrschen. Und ich muss das Wort nehmen? Ich kann nicht etwas machen. Es ist egal, ob Sie sie oder nicht collecten. Ich könnte sie gerne holen. Ich benutze alle Werkzeuge an meinem Haus. Verabschiedung. Wahrscheinlich. Du musst es, wenn du deine Revenge willst. Unsere Komboschwinge, Velvet. Gäste. 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 Aber es war eine Wettbezahlung an den Stuttus. A Wettbezahlung an den Stuttus. Hörunternie. Gäste. Auf dem Hopen Dunkelkirchen. und mit den Fronten und Nachbarn. Entstanden. Keinein von uns. Bleiben Sie fest. Die Gefahr könnte sehr ernst sein. Ja, Herr. Das wird nicht einfach sein. Dann brauchen wir eigene Reinforzungen. We're the cells. They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. The cells are on this floor. Cool. I don't need a third level. I'm not kidding. Who in the blazes are you? Oh yeah. Endgame. Das war's für heute. Oh, look, here I come! Come on, really? Come on, really? Man, das hier immer alles erstmal drei Minuten lang gucken muss. Ja, Gefängnisausbruch, Aufstand, der wollte. Split into two groups and rush the front and rear gates! Break through the gates and you'll have a ship. Aber sie sind nicht von Exorcisten? Ich meine, dieser Pirate von Eifried ist der einzige, der hier ausgesucht ist. Und er hat ihn nicht nur von seinem Köln geholfen. Er wurde von einem alten Exorcisten genannt, Melchior oder so. Von Eifried? Melchior? Ich werde dich nicht verraten! Wenn du hier wirst, dann wirst du! Ich bin mit dir. Alles ist besser als eine andere Zeit in diesem Rathol. Ich werde das. Ich gehe nach meiner Familie zurück. Me, auch! Ja! Ich werde mich aus, Frau! Wir sind immer für uns. Ich bin zu viel, dass sie uns verraten. Serious. Los geht's! Wir werden die Exorcisten! Wir werden die Schmerzen! Wir werden die Schmerzen! Wir werden die Schmerzen! Das wird die Schmerzen der Gäste. In der Zeit, wir suchen die Schmerzen. Von dort können wir gehen, die Erhöhung nach den Docks zu den Docken. Also, du hast sie alle in ihren Faten? Ich habe gesagt, ich werde ich mit allen Herzen nutzen. Oh, sie ist wirklich schlecht. Das Ausrufezeichnis aber noch nicht. Die Exorcisten von der Abbey sind mit dem Kingdom of Midgand. Sie haben das ganze Welt in ihrem Büchern. Sie sind mercilesslich. Sie holen alle Menschen, die ein Dämon werden. Und gegen sie bedeutet, die ganze Welt aufzunehmen. Und ich glaube, ich weiß, wer ist auf der Bühne. Diejenigen, die gebeten und gebeten sind, hier sind die Glückwunsch. Wir sind vielleicht monsters, aber zumindest haben wir unsere Leben. Klar, bis sie zu mir gebeten sind. Danke für die Info. Selbst wenn du hier ausfüllen kannst, Tausende Exorcisten, die die Powerful Molokhin, werden dir stehen für dich. Keine Ahnung. 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 Magilu? Soggy Shoe, or Doggy Doo, or call me any of those things and I'll turn you into a froggy stew! I suppose you'll never understand. People can be so tragically unlearned. But hey, like I care! What a freak. Nehme die mit? Ich hoffe mal, einen guten Mage kann man immer gebrauchen. Drei Türen sind auf. Och nö, nö. Das was die da suchen. Oh, komm, die letzte checke ich jetzt auch mal. Oh, ich wollte fündig. Was haben wir hier? Seilball. Das die maximale Kp um 10 erhöht. Schreie, ja, ja. Oh, okay. Ich hab gespüttelte Kopfhörmesser. Von denen haben wir ja auch ein ganzes Dutzend schon. Sonst ist nichts mehr hier. Die Bücher gehen auch nicht. War klar. Ist hier noch was? Nee. Wächst halt wieder nach. Oh. Oh, es ist jetzt weg. Donnell. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Nährenring, Ring zur Minderung des Schadens, nicht elementarer Eingriffung. Willst du es helfen? 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 We'll miss our window hurry We'll see you next time Sounds like it worked. Let's find that tower Ah, maybe it's a full tower first We're finished here. Let's hurry on Getting out of here comes first The tower should be just ahead We've just about quelled this riot. You won't be getting away Got you Got you Got you Got you Got you Got you Das sollte er sein. Die Prisoner sind verletzt. Die Zeit ist kurz. Wir müssen auf den Weg gehen. 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 Ja, da geht's nicht weiter. Die Pranke. Wir müssen auf den Weg gehen. Eine elegante Landung. Wie eine Gazelle. Und sie portet sich einfach, oder was? Oh, irgendwie die Schulter eingerenkt. Harte Tute. Harte Frauen. So, und sie portet. Sie sind stark. Ich denke, dass du eine Erachtung gemacht hast. Es ist ein Ritual, das die Besonderheit erhält. Aber die Erachter beherrscht durch bestimmte Restriktionen. Die Erachter sind die Restriktionen. Die größer die Macht, die man kann. In einem wirklich wahrsten Sinne, ein Oath ist eine Art von... Curse, richtig? Well, guess was? Du bist diejenige, die mir gemacht haben. Ich bin bewusst. Das ist warum ich dich wähle. Ich will dich nicht verlieren. Ah, dann nehmen wir noch mit. Wir müssen sich beantwissen. Frag dich! 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 Wir sind hier fertig. Los geht's. Und level up. Und eine neue Combo gelernt. So. An dieser Stelle beende ich mal die dritte Folge unserer Takes of Berseria Reihe. Ich werde jetzt hier abspeichern. Und hoffe ihr seid bei der vierten Folge dann auch wieder dabei. Nee. Ich bin erstmal raus. Wünsche euch frohes Weiterzocken. Und bis zum nächsten Mal.